Servus auf der Mail-Müllhalde. Da habe ich doch mal ein tolles Kreditangebot bekommen. Man beachte das aussagekräftige Profilbild und die außerordentlich seriös wirkende Mail-Adresse. Allerdings war dann der Mail-Text so überzeugend, dass ich unbedingt mehr wissen wollte. Wir sind ein Finanzinstitut, das ehrlichen und seriösen Privatpersonen lang- und kurzfristige Kredite anbietet, die Kredite bis auf den letzten Cent zurückzahlen können. Daher möchten wir Sie fragen, ob Sie noch einen Kredit benötigen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen in völliger Sicherheit zu helfen. Gut, dann schauen wir nach dem Intro mal genauer rein. Es würde mich freuen, wenn du mich mit einem Abo unterstützen würdest. Es kostet dich nichts und zeigt mir, dass ich diese Videos nicht nur für mich mache. Vielen Dank schon mal! Nachdem ich diesem sogenannten Finanzinstitut mit der Gmail-Adresse und ohne Signatur in der Mail dann meinen Standardtext geschickt habe, kam überraschenderweise nicht die übliche auszufüllende Liste über meine persönlichen Daten, sondern sogleich eine Kreditzusage. Jeder seriöse Bankangestellte würde sich im Grab umdrehen. Ich könne also binnen 48 Stunden mein Darlehen bekommen, müsste aber 70 Euro und 5 Cent bezahlen. Ohne jeglicher Information, wer das Geld denn bekommt oder wofür. Natürlich habe ich geantwortet, dass ich keine Vorabkosten zahlen könne, weil ich ja kein Geld habe. Darum brauche ich ja auch einen Kredit. Daraufhin die arrogante Antwort. Sie müssen nur 70 Euro bezahlen. Nur 70 Euro. Ich wollte ihm dann nochmal klar machen, dass ich diese 70 Euro nicht habe. Ohne zu wissen, was denn aus den 5 Cent geworden ist. Jedenfalls habe ich dann Optionen angeboten, wie Abzug der Gebühr von der Kreditsumme oder das Institut leiht mir den Betrag und wenn ich die Kreditsumme erhalten habe, würde ich eben 200 zurückzahlen. Leider war man nicht so begeistert von meinen Ideen. Stattdessen bekam ich eine mehr als verwirrende Nachricht. Frau, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, wir haben die 84 Euro nicht erhalten. Sie müssen Ihre Bank anrufen, um herauszufinden, ob die Überweisung der 84 Euro wirklich ausgeführt wurde. Da hat wohl eine arme Frau überwiesen und der Scammer meint nun natürlich, niemals Geld bekommen zu haben. Allerdings hat er das irrtümlich mir geschrieben. Also musste ich das schon klarstellen. Als Antwort folgte ein Scammer-Arroganzanfall. Hallo Herr, ich möchte Sie fragen, ob Sie wirklich an Krediten interessiert sind oder nur zum Spielen hier sind. Wir haben seit Tagen nichts von Ihnen gehört. Haben Sie Bedenken oder Bedenken? Bitte geben Sie uns eine konkrete Antwort. So, so, sind wir nun nach der Verwirrung und der Arroganz endlich bei der Ignoranz angekommen. Seine freche Mail konnte ich so nicht stehen lassen und habe detailliert geschrieben, wann ich welche Fragen geschickt habe und dann eben meinerseits eben keinerlei Antwort bekommen habe. Diesmal habe ich zwar Antwort bekommen, allerdings eine wenig zufriedenstellende. Eine lächerliche Entschuldigung für seine Unfähigkeit, Leute ordentlich zu betrügen. Aber dann schnell wieder zur Tagesordnung und zur Frage nach meiner längst fälligen Überweisung der 70 Euro. Ignoranz Teil 2 folgte sogleich. Denn meine Frage, wer denn die 70 Euro erhalten würde und ob es denn dorthin irgendwelche Kontaktmöglichkeiten gäbe, blieb naturgemäß unbeantwortet. Stattdessen eine Bankverbindung zu einem Emilio in Italien. Es sei alles in Wartestellung und ob ich nicht WhatsApp habe. Nein, daher bestätigte ich irgendwann die Zahlung. Natürlich habe ich nichts geschickt, wollte aber noch wissen, wer denn Emilio sei. Selbstverständlich ist sofort die passende Antwort gekommen. Solch eine ignorante Art macht mich im echten Leben schon sauer, der hier treibt es aber wirklich auf die Spitze. Nach vielen Mails hin und her mit Fragen nach Belegen und Unterstellung von Lügen habe ich nach einer Mailpause von einer Woche wieder geschrieben. Ich sei im Krankenhaus gewesen und konnte daher nicht antworten. Und dass mich meine Bank ohnehin gewarnt hatte vor dieser Art von Betrug und er mir jetzt das Herz gebrochen hatte, nachdem ich ihm vertraut hatte. Und du glaubst es nicht, wie schlecht diese Scammer arbeiten. Schreibt er doch tatsächlich wieder an die falsche Adresse. Dieses Mal haben sie eine Martina abgezogen. Also habe ich geantwortet, dass ich nicht Martina bin und schon seit 10 Tagen auf meinen Kredit warte. Und er macht einfach mit dieser katastrophalen Performance weiter. Ich begreife nicht, wie jemand auf diese Wahnsinnigen reinfallen kann. Nennt mich Martina und ignoriert meine Reklamation. Fragt stattdessen nach Geld. Ich wiederhole meine unbeantworteten Fragen und er tut es ab als Fehler. Ich meine, auch wenn das kein Betrüger wäre, könnte ich alleine aufgrund seiner ständigen sogenannten Fehler nicht mit dieser Person zusammenarbeiten. Und fürs Idiot sein droht mir der Wahnsinnige noch, dass er meine Datei, also meinen Kreditantrag, stornieren will. Ich erkläre ihm sein Geschäftsmodell mit dem Bestreiten von Zahlungseingängen. Hat mir ja alleine in unserer Konversation zweimal fälschlicherweise eine solche Mail geschickt. Also habe ich gefragt, ob er mir das jetzt auch erzählen wolle. Und ich würde ihn verklagen, wenn ich mein Geld nicht bekomme. Das führte zu seiner letzten traurigen Nachricht. Du musst nichts bezahlen, hör auf zu lügen. Du bist ein großartiger Mann und das ehrt dich nicht. Wenn Sie die von Ihnen angegebene Zahlung in Höhe von 70 Euro tatsächlich geleistet haben, senden Sie uns den Zahlungsbeleg. Er hat immer noch nicht verstanden, dass er von mir kein Geld zu erwarten hat, fragt immer noch nach einem Zahlungsbeleg. Also offensichtlich wie alle anderen Telefon- und Mail-Scammer nicht nur charakterlos, sondern auch richtig dumm. Wie gesagt war das seine letzte Nachricht, denn auf mein Wann bekomme ich mein Geld, ihr Verbrecher? Hat er nicht mehr geantwortet. Du kannst sehen, dass man Scammer immer einfach erkennt, wenn man nur Augen und Ohren offen hält. Somit Servus bis zum nächsten Video. Das war's für heute.